das hatte ich noch nicht so also dann doch eine figur so lange zu erzählen und das ist wirklich das macht wirklich spaß ich habe mich jetzt schon sehr aufs weitermachen gefreut auf den dritten fall gefreut finden sie nicht auch dass es immer noch ein bisschen unentspannt ist zwischen uns ich heiße übrigens torsten wie falke und groß so einander langsam annähern und sich kennenlernen so merke ich auch dass sich so das tatorteam so mir immer immer weiter erschließt und dass ich da auch immer mehr ankomme